so hallo ich hoffe man versteht was ich nehme jetzt auch einfach auf und test das nicht entweder es läuft oder es läuft nicht wir spielen wieder das letzte mal wahrscheinlich das letzte also es kam nicht so gut an das letzte mal aber ich habe jetzt noch mal wahrscheinlich jetzt zum letzten mal spielen wir das higher lower game 17 ist mein rekord jetzt steht sie inzwischen nicht mehr aber ach doch steht da immer noch wir versuchen den jetzt diesmal zu knacken diesmal mit headset weil die soundqualität eigentlich besser sein soll ich hoffe das stimmt auch und ihr könnt mich jetzt alle wunderbar verstehen tesla also wir fangen jetzt auch gleich an ihr wisst ja inzwischen wie es geht sonst guckt euch noch mal die vorherigen videos an ich habe eigentlich nie wirklich ein headset besessen und benutzt von daher komme ich mir selbst ich sehe mich hierher und komme mir ein bisschen komisch vor aber das wird schon tesla vier millionen blade runner denke ich mal drunter und heute gibt es nur eins hier und zwar dass hier eine zwei steht und da mindestens eine null spotify das knallt richtig rein chicago cups werden vielleicht auch eine million haben oder vielleicht auch zwei aber keine 24 rugby world cup ist so beliebt ich weiß es nicht ich sag mal nein sehr schön keine 100.000 bis jetzt läuft ganz gut prosecco bestimmt so 250.000 oder 550.000 nehmen wir alles mit das ist auch noch mehr als ich dachte aber la la land oscar gewinnender film das ist das erste wo ich mir jetzt echt nicht sicher bin 200.000 ist halt nicht so richtig viel und es ist schon ein guter film jawohl jawohl die letzten spiele also die letzten runden wo ich aufgenommen habe habe ich immer weniger gemacht wenn ich mir nicht sicher war jetzt nehme ich mehr und das funktioniert alarm clock googelt man das? nee das macht man vielleicht im app store oder im play store oder so aber man googelt ist ok man googelt es doch aber nicht so ganz oft das ist eine recht eindeutige sache und wir sind schon fast zweistellig wir sind bei neun punkten also irgendwie ist die kamera heute total kacke eingestellt meine haare sehen noch aus wie müll das hier weiß ich immer noch nicht wie das weg geht aber gut ist amsterdam shooting na gut wir versuchen noch mal ne runde china hat definitiv mehr wir versuchen jetzt mal ein bisschen zeit zu geben ok wir machen was anderes oh wir haben jetzt nur 10 sekunden china hatten wir gerade das hat mehr jetzt geht es ja auf zeit da kann ja nicht so viel rumlabern das ist vielleicht alles gut meine dieven das hatten wir doch gerade eben meine dieven haben weniger ja sehr schön e-tigaretten sind im trend hatten wir auch schon mal deswegen werde ich auch danach nicht mehr das aufnehmen weil wir das schon mal hatten gut gerade noch was richtig anklickt und das ist langweilig wenn immer dasselbe kommt mein kampf gegen izia retten äh weniger 300.000 pyramiden 300.000 ist jetzt nicht so ganz viel aber halt auch nicht so ganz wenig schade versuchen wir jetzt noch mal wieder hier der beat the clock modus subway zwei millionen ist schon viel ich sage 800 6 millionen alles da läuft also läuft nicht aber läuft bei subway hulk hogan 3 millionen doctors ich weiß nicht ist das eine serie oder ist das einfach die mehrzahl vom arzt äh mehr menschen googeln wo sie einen arzt finden das kann ich komplett nachvollziehen nelly kommt noch auf eine millionen epic rap battles die machen ganz coole youtube videos deutsche bank tattoo artist ja okay das war das streichen wir das war das war so ich strebe mich jetzt noch einmal an und sonst war es das mit mir und diesem spiel west side union nicht so viel gut gut weniger mehr weniger 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 mehr mehr weniger mehr weniger was ist denn das für ein scheiß jetzt kann ich heute nacht nicht schlafen es ist auch schon hier halb zwölf ich hatte einen langen tag hinter mir ähm aber das würde mich jetzt wach halten auschwitz bestimmt auch in die millionen aber ich sag so ein bis zwei nicht mal das nicht ich weiß nicht ob das gut ist vielleicht sollte man das ein bisschen googeln dass auch ein paar leute mehr davon wissen und da auf erklärt sind aber in dem fall ist es gut dass es keine millionen aufrufe hatte temple run spielt doch kein mensch mehr oder scheiße ach man jetzt habe ich hier auch noch meinen objektivdeckel weggeschmissen äh 11 you're really good at this set the score top 10% yes amazing deswegen schaffen wir dann eine schnelle runde ja kommen ähm ihr merkt auch so langsam vergeht mir auch die lust an diesem spiel ähm aber ich muss ja irgendwelche videos machen ne ne es ist doch ganz witzig nur ist es halt immer dasselbe und irgendwann hat man halt auch immer die gleichen sachen hier von daher ähm ja wird das das letzte video sein avon wird es auch immer das sein soll hui street fighter sind jetzt hier irgendwie nur spiele street fighter 5 Millionen schafft das doch nicht richtig stone edge oh das hatten wir halt auch schon mal ich kann mir das jetzt natürlich nicht merken ja joa nordkorea das kann ich vorstellen dass das Leute googlen weil man so wenig darüber weiß katy perry über die weiß man ein bisschen mehr ähm ich würde sie googlen aber ich glaube ich bin mit der einzige nein nicht also nicht ganz der einzige aber hab das richtige gewählt rocky 4 Millionen ist schon ziemlich viel ja white water rafting hatten wir auch schon mal das sind diese sachen ich weiß nicht 450 ist sowas was ich dem auch ungefähr zutrauen würde ja ja das war aber jetzt zum beispiel auch dass ich mich daran erinnern konnte dass ich letztes mal das schon falsch gemacht habe und jetzt habe ich es verkackt ähm 10 ja ist okay ähm ja keine ahnung ob ich das video hochlade irgendwie fehlt ein bisschen der die die emotion äh vielleicht sollte ich doch jetzt einfach schlafen gehen was ich jetzt auch machen werde ich wünsche eine gute nacht oh gott jetzt muss ich das video abends hochladen sonst macht das gar keinen sinn na gut viel schlaf vielen dank fürs zuschauen ähm schreibt mal in die kommentare jetzt bitte ich sag das in jedem video und kein schwein schreibt einen kommentar ja wenn du das jetzt anguckst wenn du dir das jetzt anguckst dann nimm deine blöde tastatur oder wenn du es am pc guckst und mit dem handy scroll nach unten und schreib einen kommentar rein irgendwas irgendwas was dir einfällt und äh am besten was du sehen willst denn ich werde jetzt mir weitere spiele suchen die ich spielen kann ähm es kommen bald tolle videos das kann ich schon versprechen aus hamburg und dann werden einige vlogs folgen ich will jetzt noch gar nicht verraten von wo aber das wird ganz neu ganz groß das wird viel interessanter als alles was bisher hier geschehen ist dann kommen im juni also nächsten monat dann auch die ersten spiele die dann richtig gespielt werden wie gesagt jetzt anfang juni coole vlogs aus einem fremden land und bis dahin auch noch weiteres spannendes von daher vielen dank fürs zuschauen macht's gut und und ciao